Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, eurem Podcast-Format von O-Schuhen am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und dem Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit. Wir starten mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Mit Fucking Awesome, Essex, Gelight 3 mit Atmos, Vague, Volt, By Vance mit Kith, Converse One Star mit Comme des Garçons Play, Reebok, LT, Kurt mit Sneezemack, Reebok, Classic Leather V2 mit Cardi B, Miss Chief mit Jimmy Fallon, Nike, Nocta Basketball Collection, Braindead mit Them Skates, Inline Skates, Maharishi mit IREC, Yeezy Gap ingeniert bei Balenciaga Re-Release und Pata hat ihre Fall-Winter-Kollektion veröffentlicht. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check! Varsity, so der Nickname des Adidas-Forum-Packs von Retailer End, welches heute erscheint. Premium Off-White Leather, ein bisschen Navy, Burgundy, Gelb und Grün, dazu eine geagete Mid-Soul. Nichts Ungewöhnliches für den Forum im Jahr 2022, aber eben auch nichts Verkehrtes. Black & Dark Powder Blue gibt's heute auf dem Air Jordan 1 Low OG. Samstag folgt dann der Desert Elephant Air Jordan 3 sowie der Stealth Air Jordan 12, bei dem wir jetzt schon wissen, dass er leider im Sale landen wird. Gleich drei New Balance 547 gibt es morgen gemeinsam mit Babe. Dabei darf das Babe-übliche Kamouflage-Thema natürlich nicht fehlen, der Rest ist dann entweder grün, blau-pink oder schwarz-grau. Ob es nochmal einen gesonderten Europa-Release geben wird, ist wie immer TBC. Außerdem droppt morgen die Capsule Collection zwischen Crink NYC und BBC Ice Cream. Am Montag droppt Nike den Dank Low Racer Blue, der ansonsten noch weiß auf dem Upper zu bieten hat und daher bekannt ist, wie beliebtes Color-Blocking auffährt. Donnerstag erscheint dann die nächste Zusammenarbeit zwischen New Balance und This Is Never That, dieses Mal gleich auf zwei Silhouetten, dem 2002 Air und dem 1906 Air. Beide sehr clean in Grau, Silber und Weiß gehalten und daher wie von der südkoreanischen Brand bekannt. Ein europäisches Release-Date folgt dann Mitte August. Wir bleiben für Donnerstag noch kurz bei New Balance, wurde der nächste Teddy Santis 99 V3 in leichtem Lila, aka Purple Haze, doch auf diesen Tag verschoben. Kommen wir zum Faith Cop der Woche. Da sage ich, 1906 Air, This Is Never That, für mich bitte danke. In other news, First Look. Am 8.8. feiert die Nike Sneakers App Geburtstag und bei all den Gerüchten rund um Restocks ist mit Sicherheit zu sagen, dass es einen exklusiven Air Force One Low geben wird. Außerdem versteckt sich in der App natürlich auch wieder massig Content, Interviews und Shows. Wissen wir, weil Nike uns dafür angefragt hat, sie dann aber überrascht waren, dass unsere Arbeit Geld kostet. Tja, so ist das manchmal, wird sicherlich dennoch ganz interessant dieser Tag, vorausgesetzt die Restocks kommen in Massen. Travis Scott hat bei seinem Auftritt auf dem Rolling Loud Festival in Miami einen neuen Colorway, nicknamed Reverse Panda, seines Air Jordan One Low am Fuß gehabt. Na endlich trägt den Schuh auch wirklich mal einer. Viel Pink, dazu etwas Schwarz, ein Hauch von Neongelb und das einmal durch den Mixer, als wäre man Produktentwickler bei Ben & Jerry's. Fertig ist der neue Colorway auf dem Adidas Yeezy Foam Runner. Wann genau der MX Carbon erscheint, ist noch unklar, könnte aber Teil des Yeezy Day Aufschlags werden. Zudem gibt es bisher leider aber auch nur Gerüchte. Ein weiches Beige, ein wenig Weiß, ein bisschen Creme. So erste Bilder eines für 2023 geplanten Air Jordan Too High nicknamed Sunset Haze. Apropos Creme, Teddy Santis kann nicht nur Creme, Grau und Grün, sondern auch Rot. Zeitnah und in den USA natürlich auch mal wieder früher als bei uns, aber noch diesen Sommer erscheint ein 99 V2 und ein 99 V3 in Rotönen. Apropos Rot, Rot im Verlauf nach Orange auf der Torbox und auf den Side-Patterns, leicht gelbliches Beige auf dem Mudguard und helles Grün als Inlay, so der Chili Pepper Colorway, der zeitnah auf dem Air Force One Low erscheinen soll. Eine kleine Chilischote gibt es noch auf der Ferse und das 40th Anniversary Tag auf der Zunge. Schmeckt! Wir bleiben noch kurz beim Air Force One, der bekommt seine nächste Undefeated Colab verpasst und diese wird nicht nur bunt, sondern kommt auch komplett in Patent Leather. Das ist ja so ein Ding beim Air Force One und ich muss sagen, finde ich stark. Ein Release Date gibt es bis dato noch nicht. Stussy und Nike machen fröhlich weiter. Next in line, der Air Max 2015. Diesen wird es voraussichtlich im Stussy eigenen Fossil, sowie in einem schwarzen und in einem pinken Colorway geben. Wann genau das Trio erscheint, ist noch nicht klar. Wann genau der nächste Kyrie Irving Nike erscheint und ob die neunte Version dann sogar die letzte sein wird, das ist ebenfalls noch unklar. Zumindest jetzt sind schon erste Fotos des beigen Low Cuts gelegt. Fila macht in Pizza und facht dabei die ewigliche Debatte über die beste Pizzeria weiter an. Die Famous NY Style Pizza Collection holt fünf verschiedene Pizzaspots auf drei verschiedene Silhouetten und lässt dem der geneigten Käuferin dabei hoffentlich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Als da wären. Manhattans Ruby Rosa Restaurant, Brooklyn's Roberta's, Queen's Slice, Bronx's Louie & Ernie's und Staten Island's Least Tavern. Dazu gibt es dann noch passend designte Pizza, äh, Verzeihung, Schuhkartons. Ja, guten Hunger. Netflix hat im Rahmen ihrer Untold Stories-Doku-Reihe einen Teil über die legendären And One Basketball Tournament Mixtapes angekündigt. Das wird geil. Das lässt mich die VHS-Kassetten aus dem Schrankkram und absurde Basketball-Moves üben. Als würde ich das nicht sowieso in jedem Moment, in dem ich auf dem Freiplatt stehe, machen. Aber auf jeden Fall sprechen wir hier von Street Basketball und Hip-Hop in Reinstform und der jüngst veröffentlichte Trailer verspricht so einiges. We know and believe that the future of fashion is circular and our partnership with Rotaro is another meaningful step in exploring circular business models. So Esther Werberg, EVP, Sustainable Business and Innovation, bei Tommy Hilfiger in einem Statement gegenüber High Snobiety. Hintergrund ist die Projektpartnerschaft zwischen der Brand und dem britischen Service Rotaro, die Mode zum Ausleihen anbieten. Ob das Videothekssystem auch auf Mode zu übertragen ist und wirklich die Zukunft der nachhaltigen Modeindustrie darstellt, wir werden es weiter für euch verfolgen. Berlin Fashion und Fashion Mag Institution 032C hat ihren ersten Store eröffnet. Der findet sich in Berlin Charlottenburg und in der Kantstraße 149. Und auch die National Basketball Association wird einen Store in Berlin eröffnen, um der gestiegene Nachfrage nach NBA in Deutschland besser gerecht werden zu können. Der Laden befindet sich am Potsdamer Platz und eröffnet im Herbst. Und Brandon Babensian hat die erste Kollektion im Rahmen seiner Arbeit als Menswear Creative Director für J.Crew gezeigt. Kann man sich also mal anschauen, beziehungsweise auch schon einkaufen. Und Casablanca Paris hat sich Filmikone Nicolas Cage für ihre aktuelle Kampagne geangelt. Und zu guter Letzt hat der deutsche Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel das Ende seiner Karriere zur Saison 23 angekündigt. Damit verliert die Formel 1 einen der erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten. Und die hiphop.de News der Woche beschäftigt sich mit dem Erfolg der Franzosen von PNL. Wer mehr wissen möchte, die ganze News gibt's wie immer auf www.hiphop.de. Die besten Songs gibt's natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist High Fives and Stage Dives. Abonnieren, auf Play drücken, perfekt. Die Frage der Woche. Jede Woche stellen wir euch die Frage der Woche powered by StockX. Und unter allen Einsendungen per Instagram DM, Facebook Messenger, YouTube Kommentar oder E-Mail verlosen wir am Ende des Monats einen Sneaker eurer Wahl im Wert von 250 Euro auf StockX. Vorausgesetzt, ihr schickt uns eure Antwort und teilt diese Folge auch in eurer Instagram Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen. Und wer das regelmäßig macht, steigert natürlich seine Chancen. Ihr wisst. Die Frage der Woche lautet Pizza, wie bei Fila, oder Burger? Wenn es nur noch eins sein dürfte, welches wäre es? Slidet in unsere DMs, wir freuen uns auf eure Meinung. Letzte Woche hatten wir gefragt, Travis Scott Air Jordan 1 Low, bester Sneaker des Jahres oder überbewertete Hype-Colab? Das Statement der Woche kommt von Wäre spannend zu wissen, ob solche Colorways auch ohne Travis gehen würden, aber ohne Zweifel einer der stärksten Schuhe des Jahres bis jetzt. Hype hin oder her? Statement Last but not least. Sonntag erscheint die 111. Episode von Oh Schuhen und in dieser vergeben wir mal wieder ein paar Trophäen. Und zwar an die wichtigsten Sneaker der Subkulturen. Welcher Sneaker ist der wichtigste für Hip-Hop? Welcher steht wie kein anderer für Skateboarding? Welcher für die Terrace-Culture? Und wer vertritt die Techno-Szene? Wir haben die ultimative Liste in EP111. Diesen Sonntag 12 Uhr einschalten. Außerdem läuft auf Instagram gerade unser Bi-Monthly-Giveaway mit StockX. Zu gewinnen gibt es das Teddy Santis Seasalt Pack bestehend aus einem 99V2 und einem 99V3. Wer Bock hat, nimmt teil. Wir wünschen viel Glück. Und der Shoutout in dieser Woche ist heute ein Shoutout an alle, die uns bei ihrem Lieblings-Podcast-Anbieter auch abonniert haben und uns damit supporten. Wird die Reichweite über Facebook und Instagram doch immer beschissener. Seien wir ehrlich. Aktiviert daher bitte die Glocke oder was auch immer man für ein Knöpfchen bei Spotify, Apple Podcast, YouTube oder Deezer drücken muss, damit ihr auch immer die neueste Podcast-Folge mitbekommt und wir uns nicht mehr auf Instagram verlassen müssen, können wir nämlich nicht mehr. Sad but true. Metallica. Das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den O-Shoom-Podcast kostenlos bei allen Streaming-Diensten hören und überall dort auch folgen. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020